Ignaz Kichle, 2. Dezember 2003 in Kempten, war ein deutscher Politiker. Er war von 1983 bis 1993 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Leben und Beruf. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte Kichle eine landwirtschaftliche Lehre. Danach konnte er ein sechsmonatiges landwirtschaftliches Praktikum in den USA machen, was für die Nachkriegszeit sehr ungewöhnlich war. Nach seiner Rückkehr besuchte er von 1949 bis 1952 die landwirtschaftliche Fachschule. 1960 legte er die Meisterprüfung ab und bildete seitdem Lehrlinge aus. Von 1958 bis 1968 leitete er den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb. Ignaz Kichle war mit Cecilia Kichle, Geb, Rieb, verheiratet und hatte vier Kinder. Sein Sohn Thomas Kichle ist kommunalpolitisch engagiert und seit 2014 für die CSU der Oberbürgermeister der Stadt Kempten. Seine Tochter Andrea leitet den Ava-Agra-Verlag Allgäu GmbH in Kempten, der verschiedene Zeitschriften herausgibt. B. Das schöne Allgäu und die Allgäuer Bauernblatt. Seine Tochter Manuela gehört aktuell dem Parteivorstand der CDU an. Partei Seit 1953 war Kichle Mitglied der CSU. Von 1971 bis 1984 war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Landwirtschaft der CSU. Von 1972 bis 1982 leitete er als Vorsitzender den CSU-Kreisverband des Landkreises Oberallgäu. Von 1980 bis 1997 gehörte er dem CSU-Parteivorstand an. Abgeordneter Von 1966 bis 1972 war Ignaz Kichle Mitglied im Gemeinderat von St. Mang und im Kreistag von Kempten. Von 1969 bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier hatte er von 1976 bis 1982 den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion inne. Von Oktober 1982 bis März 1983 war er außerdem stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zuletzt war Kichle mit 58,1% der Stimmen direkt gewählter Abgeordneter des Bundestagswahlkreises Oberallgäu. Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1983 wurde er am 30. März 1983 als Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in die von Bundeskanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung berufen. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn am 21. Januar 1993 aus der Regierung auszuscheiden. Er gehörte bis dahin den Kabinett und Kohl 2, Kohl 3 und Kohl IV an. Wirken Kichle vertrat den Grundsatz Es müssen Bauern und ihre Familien sein, die das Gesicht der Länder und Regionen Europas prägen. Erhalten und Nahrungsmittel in jeglicher Form wachsen lassen, nicht reine Produzenten. Eine seiner größten Aufgaben als Landwirtschaftsminister war die europaweite Einführung der Milchquote, um Milchseen und Butterberge verhindern zu können, was 1984 realisiert wurde. Der Widerstand war zuerst enorm und mit persönlichen Angriffen verbunden, wovon sich Ignatz Kichle aber nicht beirren ließ. Als die Quote Anfang der 1990er Jahre auslief, wurde sie in stiller Einmütigkeit zuerst bis 2000, dann bis zum 31. März 2015 verlängert. Als Minister für Landwirtschaft pflegte Ignatz Kichle auch eine Politik der Freundschaft und Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsministern in Osteuropa. Im Jahr 1987 besuchte er die DDR und traf sich mit seinem DDR-Amtskollegen Bruno Lietz. Auf der 24. Generalkonferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO in Rom im November 1987 vereinbarte Ignatz Kichle mit dem Minister für Landwirtschaft und Forsten der Volksrepublik Bulgarien Alexei Ivanov ein bulgarisch-deutsches Investitionsprogramm für die Landwirtschaft. Ehrungen und Auszeichnungen Ignatz Kichle wurde mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland, der Bayerische Verdienstorden. 1993 mit der Ernst-Reuter-Plakette, der Ehrennadel in Gold für Verdienste um die landwirtschaftliche Sozialversicherung. Der Andreas Hermes-Medaille des Deutschen Bauernverbandes und der goldenen Bürgermedaille der Stadt Kempten ausgezeichnet. Außerdem erhielt er das große goldene Ehrenzeichen am Bande der Republik Österreich. In Frankreich den Orden Puerle Merit Agrar und den Orden del Merito Agrario in Spanien.